recht herzlich willkommen zur 63 folge von grand age medieval ja wir haben konia errichtet wir müssen da nur zu sehen dass wir jetzt 1000 einwohner rein kriegen dafür müssen die stadt natürlich ein bisschen ausbauen was wir schon angefangen haben ja und das ist dann halt so hat er jetzt die jetzt muss ich mal hier auf drei machen und damit es wieder läuft na so was haben wir jetzt angestoßen ich glaube wir haben mir den drago jetzt nehmen milo geschickt nicht ralo doch einmal im körper space programm den nilo der bringt uns jetzt hier klamotten durch die gegende da ist eine milos dusan ja der tauscht jetzt die waren aus und der hier der kann der bautruppe kann ganz anderen weg gehen interessant baut er jetzt meine straße hier aus das sieht dann auch aus kohle dann bräuchte ich nicht bauen dann macht das hier antaglia oder und edukia krass hier fehlen dann immer noch bauwaren damit es da weiter geht ja müssen wir gucken ja jetzt müsste man nur gucken was fehlt damit das dahin gebracht werden eigentlich das war schließen wir wollen das brauche ausbauen da fehlt getreide aber erstmal ausbauen und da fehlt holz holz müsste man also in die stadt bringen bringt der milos denn da auch holz hin die frage wahrscheinlich nicht nach jetzt werter glaube sowieso ja nach jetzt mehr naja sind mal gucken was er mitnimmt okay zusammen eine stadt da naja kommt mir los war weiter jetzt hier nach antaglia hin und dann gucken wir holz von antaglia mit aber vielleicht haben ja auch keines ist die nächste frage da ist ja schon dann geht die reise weiter aber es ist kein holz dabei das bringt uns dann nicht viel na ja milos macht da jetzt was ich glaube bautrupp gucken wir erstmal denn was ist denn jetzt in bursa hier das war da ist der bautrupp der steht da ja neben das gegen eine straße ausbauen geht aber nicht oder geht nicht steht nicht hier unten das ist alles top ausgebaut nirgendwo ist das zeichen zum ausbauen oder es ist alles ausgebaut oder was und da habe ich jetzt was falsches hier verstanden straße ausbauen nehmen muss wohl dann alles ausgebaut sein was wir ausbauen können oder das ist ein symbol da auch das ist irgendwie ein häuslein auf der straße ja ok können wir halt nichts machen gut 8 einheiten zum kind haben wir freie händler haben wir nicht das bedeutet wir sollten einen freien händler mal irgendwo noch machen jetzt mehr geht das nee das wird auch im gasthaus war das ne dann werden wir den an und gucken dass der fertig wird und dann nehmen wir den mal mit und gucken dass wir hier das passende rüber transportieren was dann da fehlt ne zum beispiel immer noch das holz 34 holz fehlen da nicht nur 20 ok ja da ist der händler da ja will ich nicht hier gibt es gar kein holz dann fahren wir nach bursa und gucken ob wir da holz kriegen da gibt es auch nichts nach konstantinopel so da gibt es holz 34 war das ne immer ein bisschen mehr mit alles gut da bezahlen wir in dem sinne zwar gerade drauf aber das ist jetzt nicht wichtig schon unterwegs sagt er über anker ja es ist nicht gerade schnellst du da oben da ist er da und wir können das holz verkaufen so es müsste eigentlich bau waren dann von seiner 34 steht da jetzt müsste das verschwinden oder ja da ist es auch weg jetzt wird auch gebaut schon fertig dies so dann das nächste da soll brot gemacht werden dafür 30 holz wenn wir das bauen aber wir können auch gleich gucken wie es hier weiter ist 60 holz 60 ziegel und zehn metall waren 30 60 20 da kommen wollen wir erstmal alles hier und dann gucken wir weiter der händler ist noch ausgewählt dann fahren wir mal rüber nach konstantinopel und holen die bauwahn da an arbeiter fehlen jetzt auch und das wird dann schwierig sein die darüber zu kriegen exquisit nein nicht da vor wieder nach konstantinopien das war jetzt nicht so gemeint es geht nur wenn er in der stadt ist oder wir wählen die stadt direkt aus was fehlt 115 125 54 so wir kriegen aber nicht so viel holz aber okay dann machen wir zwei rutschen oder so nach so der wagen ist nicht voll zu der wagen ist zu klein 100 kann dann nur das ist schlecht das bedeutet wir müssten jetzt hier können wir die karren ausbauen kam da aber in dem dorf brauche ich glaube gar keine bestellen weil dafür das holz ja dann müssen wir mal gucken dass wir das hier machen exquisit nein nicht da lang aber hier fehlt auch was da fehlen aufbau waren da fehlt holz brauchen wir also auch nicht ansteuern geht auch nicht über produktion das ist schon mal schön auch kein holz für da dann machen wir das so und dann bringen wir gleich von da oben die klamotten runter was hier vergiftet wo ist er darum schicker schneller händler gut er bringt wieder sachen hin ach so wir brauchen ja nicht hier rein doch wir müssen da rein wir müssen die klamotten ja vom wagen runter kriegen so mehr war nicht ich glaube wir müssen einmal raus und dann wieder rein dann kann man sehen was noch fehlt hat sie nichts geändert auch schön produzieren jetzt schon irgendwas ja das bier wir nehmen damit das einzige geschäft was wir machen können unterwegs schon unterwegs genau da müssen wir jetzt mehr das holz bringen das ist ja schon eine rosa stadt hier na krass ne das ist auch ein großes reich was wir da schon aufgebaut haben hier müssen wir noch der straße rüber haben und den bautrupp mal gerade auf dem weg da drum so dann das klingt gut das ist das sind siedler das ist gar kein bautrupp wo ist jetzt der bautrupp ja dann straße festlegen von da nach da geht das ja aber geht es nur da lang ist aber auch egal passt schon gut aus der bautrupp macht jetzt nix oder ach so hat er schon gemacht wir müssen es nur upgraden und da müssen wir dafür hinfahren packen wir sagen okay packen wir es an die siedler waren wo keine ahnung wo die jetzt stecken wir wandern los wir wandern los genau können wir nicht was machen wir wandern los wir wandern los tun ein was uns in seiner stadt gründen ein schönes land genau der bautrupp macht auch die straße wunderbar das war jetzt zwar nicht eine aufgabe aber lass uns da mal ein städtchen machen gut wir haben den freien händler noch hier ach so dann müssen wir rechts klicken und wir müssen das holz kaufen wir brauchen da unten noch ziegel die nehmen wir mit aber wir müssen jetzt nach x mir war das glaube ich sehe den wagen bauen ne ne ja bauwahn fehlen genau da musst du holz hin damit die die wagen bauen können schauen wir mal wie wir es hinkriegen so das runter das nicht runter lass uns das so ein voll der wagen ist voll was wir dann drauf gepackt dass es voll ist ach bier haben wir noch drauf das können wir verkaufen früchte oder getreide fürs bier so die sollten jetzt hier ja das steht auf bauwahn sind wohl da dahin und da wird jetzt gebaut ne ja gut dann geht es weiter wie heißt denn unser pub lagon also das ne so der bringt die klamotten jetzt da ne bringt er nicht hin oder doch die ziegel die 88 ziegel da drauf und wir haben getreide mitgenommen und das ganze bier kann man nicht mitnehmen können wir gar nichts mitnehmen aber andere sachen sind schon hier ne ok ziegel haben wir gerade hingebracht aber eigentlich floriert es hier jetzt ne ja übersicht einmal rein oh haben wir auch schon 500 leute da ok kapelle kloster das ist jeweils auch schon fertig gebaut hat also auch gut geklopft also das kloster bauen gut jetzt haben wir abgewählt händler in der stadt ja jetzt haben wir den händler wieder dann lass uns mal dahin sehen ziel muss eine stadt sein genau sind schon wagen und fertig kann ja ok jetzt bin wir nur gucken dass wir den karen kriegen ne das ist nicht unser der ist unterwegs und kommt gerade an noch 500 meter hat das jetzt geklappt dann 500 k sieht so aus ok dann was hatten wir denn da jetzt ziegel das was wir noch brauchen haben sie nicht dann ab nach bursa gucken wir da rein so haben die hier aber zu wenig ab nach konstantinopel da die klamotten kaufen obwohl die dahinter schon alle angekommen sind weil die haben wir ausgebaut ne eigentlich ist es blödsinn da jetzt noch was hinzubringen 5 davon ja der rest ist eigentlich schon da ne da braucht es ein und fertig ja dann gucken wir in der stadt was da so los ist immer noch 500 muss noch wachsen müssen wir weiter gucken dass es wächst wollen wir hier noch was alles alles eine etage höher dann wird das auch mit der zeit wahrscheinlich besser werden fehlen wahrscheinlich rohstoffe steht hier ne rohstoffe fehlen vor allem da fehlen nur baustoffe ja müssen wir gucken ok aber ich denke das machen wir in der nächsten folge dann was die für rohstoffe brauchen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann 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 Vielen Dank.